Endlich wieder ein Yu-Gi-Oh!-Turnier! 10 Dinge, die du nicht tun solltest auf einem Yu-Gi-Oh!-Turnier. Boah, ihr stinkt aber schon echt. Was soll das? Komm, gib mir die Flasche jetzt hier. Jetzt bist du dran. Moin, wer hat die Küste Salami bestellt? Ja. Stimmt so. Äh, darf ich kurz? Der Ernst? Jungen! Langweilig! Ja, genau. Okay. Ja, ich glaub du hast gewonnen. Und jetzt? Ähm. Kann ich mir kurz den Shifter leihen? Effekt Shifter? Charge? Ja. 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 Ja, du bist. Ja. 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 Alter geil! Ja. Ja. Ja.